Auf YouTube gibt es wieder mal 20.000 Videos, wie man jetzt den Cifactinus tamed oder den Ceratosaurus, aber keine Sau redet eigentlich darüber, wo man die scheiß Sattel-BPs herfindet. Ich habe mich heute mal zwei Stunden drangesetzt, weil wir für unseren Server ebenfalls die Sättel implementieren wollen und kann euch jetzt zumindest schon mal grob sagen, wo ihr die Sättel findet. Wie gesagt grob, denn ich behaupte jetzt einfach mal, Wildcard hat noch nicht überall die Sättel eingefügt beziehungsweise ich habe wahrscheinlich auch einfach Pech gehabt und konnte sie nicht überall droppen. Aber ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar fangen wir mit dem Cifactinus an. Den findet ihr auf Island in jedem Underwater-Drop, also in dem roten, in dem gelben und in dem blauen. Für die, die es nebenbei interessiert, im Deep-Sea-Drop findet ihr ebenfalls den Cifactinus, den Gigantoraptor und den Ceratosaurus. In der roten Ice-Cave findet ihr nur den Gigantoraptor und in den normalen roten Cave-Drops findet ihr den Ceratosaurus. Alle anderen, inklusive Scourge Earth, findet ihr gar nichts. Ich habe, wie gesagt, zwei Stunden heute gesucht und ich habe einfach nichts gefunden. Randinfo von dem, was ich nebenbei mal gelesen habe. Angeblich soll man in Treasure-Chests den Ceratosaurus droppen und in gelben Beacon-Drops, kann ich persönlich heute aber nicht bestätigen. Nach über 50 gelben Beacon-Drops und locker an die 100 Treasure-Chests habe ich nicht einmal Ceratosaurus bekommen, weil es entweder ist die Chance so verdammt gering und ich habe einfach mega Pech gehabt oder es ist einfach wie ein dummes Gelaber. Keine Ahnung. Ihr könnt gerne dieses Video mal so als kleine Kommentarfunktion nutzen und einfach mal reinschreiben, falls ihr noch andere Orte gefunden habt, wo ihr die BPs gedroppt habt. Denn, wie gesagt, ich habe heute nur grob zwei Stunden mal dran verbracht. Ich möchte auch nicht meine Lebenszeit dafür rein yeeten. Aber wir können gerne das Video mal so als kleinen Sammelbeitrag nutzen. Für diejenigen, die den Unterschied zwischen diesen ganzen Cave-Drops nicht kennen, ist relativ schwer zu erklären. Die sehen nämlich alle gleich aus, sind aber tatsächlich verschieden im Spieldesign halt selbst. Haben eine komplett andere Loot-Table. Und deswegen habe ich das hier mal mit Schildern markiert. Also grob kann man sagen, wenn ihr Ceratosaurus, Cifactinus wollt, dann solltet ihr einfach nur rote Drops handen. Und zwar unter Wasser, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr dort eins von beiden auf jeden Fall irgendwann mal bekommen könnt. Und wenn ihr nur Cifactinus wollt, dann solltet ihr eigentlich einfach nur an der Water Cave laufen. Dort ist die Chance tatsächlich relativ hoch. Das Einzige, was halt aktuell sehr, sehr niedrig ist, ist eben einfach der Ceratosaurus. Aber ja, wie gesagt, vielleicht habe ich auch einfach Pech gehabt. Ich hoffe, dass diese Info den einen oder anderen ein bisschen geholfen hat. Wie gesagt, gerne das Video nutzen als kleine Kommentarfunktion. Vielleicht finden wir dann endlich mal ein paar Orte noch raus. Und ja, ich kümmere mich jetzt weiter um unsere Server. Am 1.6. Voip der PvP-Server. Verabschiede mich an dieser Stelle. Schönen Abend noch. Euer Finch. Ciao, ciao.